Dann würde das letzte Bild doch fehlen. Jetzt gibt es hier eine echte Piepshow und das live. Wie sieht es eigentlich aus im Innern eines Vogelhäuschens? Das wollte das Ehepaar Grebe aus Schermbeck mal wissen. Seit vier Jahren haben sie jetzt schon Meisen TV live. Und das sind Live-Bilder hier vom Nest ins Netz. Eine Facebook-Gruppe hat Birdhouse natürlich auch schon. Es gibt inzwischen den dritten Vogelkasten, der technisch ausgerüstet ist. Diesmal sogar mit zwei Kameras. Das eine liefert die Tag, die andere mit Infrarotlicht die Nachtbilder. Und da ist immer was los. Eine Kohlmeise legt nämlich zwischen sechs und zwölf Eiern. Täglich eins, meist morgens. Inzwischen sind alle geschlüpft und machen das Spektakel komplett. Wetterfest sind die Schermbecker Meisen. Das ist eine Kohlmeise. Das ist eine Kohlmeise.